um was geht ab meine sarnischen uns herzlich willkommen ich bin so sauer man ich könnte alles kaputt hauen hier in den scheißraum man ihr müsst euch überlegen mein schwitz auf das prestige 1 ich habe mir sogar noch zeit gelassen um dieses scheiß game einfach nur ich wollte einfach nur ein bisschen Zeit haben damit ich nicht prestige gehe ich gehe prestige ich habe es gar nicht geschickt habt ihr sind im ersten video gesteckt dann sagt ihr bescheid mann oder schreibt in den kommenten ist mir scheißegal man echt ist mir scheißegal ich bin level 2 ich habe prestige gedrückt das spiel ist so verbuggt es ist so verbuggt ne drückt kein prestige ich sag's unter euch drückt kein prestige ich bin level 2 auf einmal ich kann euch alle meine videos zeigen die ich vorher aufgenommen habe ich bin und ich bin ohne scheiß ich schwöre auf mein leben ich schaue echt auf mein leben ich war level 55 nicht dass ihr denkt dass ich euch verarscht oder so aber ich war weiter als mein freund der hier in meinem level drüber und ihr habt ja auch im letzten video gesehen welches level ich war nur zur info ey das regt mich so auf ihr wisst nicht was ich für den haske gerade hab ich hab einfach alles weg drei goldtarnung alles habe ich weg alles es regt einen so auf es wisst ihr wisst gar nicht wie es einen aufregt wenn ihr einfach so vier tage am stück durchsuchtet so richtig heftig durchsuchtet und einfach alles umsonst war es war alles umsonst ich hab grad echt mein iphone 4 es ist halb im arsch es ist halb im arsch zum glück haben wir ein neues iphone 6 bekommen ey es ist halb im arsch meine freunde ich hab's grad so gegen die fenster ach gegen die wand geworfen es war mir scheißegal ich hab echt grad so einen hass auf call of duty grad echt ich hab ne echt mein kumpel sagt auch schon es ist so behindert er hätte jetzt schon keine lust mehr weiter zu zocken aber echt kann man verstehen stellt euch mal vor ihr spielt die ganze zeit was ich so ne scheiße wisst ihr das der wird auch gleich kein bock zu zocken das kann sein das echt verkacken werde weil ich überhaupt gerade keinen loan habe ich hab genau nach diesen männer habe ich jetzt erstmal mein kumpel sucht ey du musst ähm level 1 ich gehe ich fliege ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe aufmache jetzt mal alles was ich bin aber ja du penner man ja level 3 level 3 oooo ist ja mal was alter hier kommt kommt da wird nein du fuhren so kristig wie sich mal alter ich hab keinen bock mehr auf dieses drecks game alter ich bin grad so am ausflippen ohne scheiße man komm ja mit dem wallrun laufen ne ich hab auch nicht weil du keine missgeburt bist kaktik schon ne echt ich hab keinen bock mehr das ist gar okay fake video ist kein witz komm ja ja auf dem wallrun den no scope gold nein man team man 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 nicht einfach man 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 ich mag gar nichts selbst wenn ich ausraste aber trotzdem man dieses spiel dieses spiel auch spiel wie ich rede wie so eine missgeburt man es gibt mir einfach den rest man es gibt mir echt den rest ja ja das ist schön verdient ne level level 3 hat er dich so killt ne ja schon krass ne vielleicht bin ich auch gar nicht level 3 eigentlich sonst prestige 1 aber nein es ist ja so es ist ja so es muss ja so passieren dass ich natürlich level 0 bin man man es ist extrem scheiße und ich meine freunde davor ist es nicht ungelungen wollte eigentlich nur ein kumpel simon ein video machen wo ich ähm raushauen wollte was geil ist an das spiel ist meine freunde auch wenn das spiel echt nicht auch wenn das spiel für euch das kann ich nicht verstehen äh gib mal einen toll an fickt dein leben man es ist es ist nicht scheiße es ist echt scheiße aber ihr wisst nicht wie einer es aufregt ihr wisst das echt nicht man ja komm es interessiert doch eh kein mann so gut ist es ist es ist es auch ein das ist es ist es ist ein alles runtergehen wieder ich hab schon gesagt sie ist nicht freigeschaltet weil das ganze Spiel gebackt hat meine Freunde ich bin echt ich bin echt auf Präzision gegangen Präzision allen Scheiß alles ausgewählt ja er liegt da verbindete Drohne nähert sich ich hab echt auf jeden Scheiß drauf gedrückt was er machen muss ohne Scheiß echt auf alles aber nein nein meine Freunde es muss der so kommen wo seid ihr der kommt doch raus ja wie er mich holt Leute wisst ihr was weil ich heute mal so gut gelaufen bin spielt mal einen Pumpgun schön für euch ja komm der erste ist doch angesprungen ja schön der Lippur gefällt dir das ne du kleine Stück Scheiße alter ne echt ich bin grad so am eskalieren das glaubt ihr nicht ich so kein Mann im Krieg ich hab so keine Lust mehr auf dieses Game echt ich bin grad sofort pennt es ist mir scheißegal ich ich hab einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel echt ich hab keine Lust mehr dahin steht einer FK hier bin ich jetzt schön in der Luft so BAM und steht im Ball mit Pumpgun nein so muss die Scheiße so muss die Scheiße so muss die Scheiße so muss die Scheiße von hinten so muss das Ding Leute geiler geht doch auch anders nicht ja pack die Scheiße auch noch hier schön für dich mit Pumpgun so gefällt sie doch so willst du es doch haben oder nicht Achtung feindliche Drohne nähert sich muss eine hat sich schon verpisst hier ne ja ne Leute auch wenn ich grad so ausraste und es ist mir echt ganz ganz egal ich merk schon ich werd schon reiser weil ich eigentlich fast nie so ausraste aber das das Leute ey ich find das einfach grad so scheiße ist echt es ist so ein Scheißgefühl wenn ihr einfach seht dass einfach alles umsonst war Leute es war einfach alles umsonst ja 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 komm es war echt alles umsonst damit ist ja nicht noch umgelöst es war ja echt alles umsonst ja ich bin auch damit gelacht okay nice und ich will sagen bis zum nächsten mal und wenn euch das gefallen hat lasst einen Daumen hoch oder ein Abo da der Hunde hat mich auch noch gekehlt oder was sicher der nicht geht bis zum nächsten mal Leute tschau tschau